Willkommen bei einer weiteren Folge von Let's Play Oldboy. Ich bin Eno von Yushano und wir sind gerade in dieser Stadt Valley, in der wir vor aufgewachsen sind. Wir sind ein Eulenjunge, ich glaube eine Misch aus Mensch und Eule, anders als die meisten anderen, die wirklich ganze Eulen sind und wir sind deswegen ein bisschen anders, glaube ich. Und wir sind hier jetzt beim Labor des Professors, da gehe ich gleich mal rein. Okay. Okay, der hat also so ein Gerät erfunden, welches quasi eine Karte erstellt in Echtzeit und der Typ denkt so, ist irgendwie unspannend, weil das machen wir sowieso die ganze Zeit. So. So. Ah, na super, wahrscheinlich gibt er uns gleich die Schuld dafür. Hä? So. Hm? Haben wir schon wieder was kaputt gemacht oder was? Okay. Hey. Ja? Ja, natürlich, deine Maschine ist super. Ja, hast du toll gemacht. Okay. Yep. Okay, wie kann ich eigentlich runtergehen? Ah, ich kann, ah, so kann ich also zielen. Okay. Irgendwas kann ich da oben links machen. Wenn ich wahrscheinlich mehrere Kameraden habe, können die wahrscheinlich noch irgendwelche Fähigkeiten mit ihnen machen. Ich weiß aber noch nicht was. Okay. Ist die Frage, wie gehe ich eigentlich eine Leiter runter? Nur nach unten drücken geht nicht. Ah. So. Okay. So geht's also. Da mal hier rein. Und. Ah. Da ist unser Kumpel. Ja. Oh. Ah. Oh. Das hätte ich mal. Habe ich gar nicht gemerkt, dass es ging. Habe ich den gerade beschworen mit der Taste vorhin? Okay. Habe ich gar nicht gemerkt. Okay. Also ist er quasi jetzt unser Werkzeug oder was? Okay. Gut. Irgendwo waren ein paar Kisten im Weg. Vielleicht kann der dir ja wegschießen. Wenn ich nur noch wüsste, wo das war. Ich denke mal, es wird hier hinter irgendwo gewesen sein. Weil hier sind sie mir das erste Mal begegnet. Okay. Das wird es nicht sein. Okay. Aber es ist doch da unten irgendwo. Kann er die jetzt erschießen? Ja. Kann er. Da haben wir aber irgendwie nichts von. Aber irgendwo da unten waren auch noch ein paar Kisten, wo wir nicht lang konnten. Da können wir jetzt also lang. Okay. Hey. Ja. Schießen wir nach unten. Wir wissen nicht, wer da ist. Aber egal. So. Huch. Ähm. Äh. Hallo. Kennen wir uns? Ich glaube, das sind voll die Arschlöcher, da die beiden. Ich glaube, die haben den gerade ziemlich geärgert. Ich weiß ja nicht, worum es ging genau, aber... So. Ja. Okay. So los. Ähm. We're having a go. Äh. Okay. Irgendwer hat Probleme. Au. Au. Troublemaker. Nein. Okay. Okay. Jetzt sollen wir uns um den kümmern, oder was? Wo bist du, Troublemaker? Nein. Oh. Das war die falsche Taste. Äh. Womit schieß ich nochmal? Ich denke, das war nicht gesund für ihn, aber der kann fallen, wie es scheint. Okay. Ich schieße dich weg, Junge. Wo bist du? Ja, ja. Ich weiß, wie man aimt. Ah, da. Okay. Jetzt endlich. Genau. Demo. Die Stelle meinte ich. Wo wir nicht durchkamen. Gold. Münzen. Wie auch immer. Egal. Wir müssen den erstmal kriegen. Wo bist du, du kleiner, nicht fliegender Bastard? Ui. Ich kann fliegen. Ist das im Ernst? Wo ist der Typ? Wo ist der Typ? Hm. Wahrscheinlich ist dann die Hülle da rein, oder? Würde mich nicht wundern. Ähm. So. Okay. Ja, du willst hier, du willst Probleme machen, aber wir kommen hier durch, Freundchen. Wir kommen hier durch. So. Äh. Nein, nein, nein. Geh, weg, 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 weg. Au, au, au. Geh, weg, 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 weg. Nein. Ah. Die Taste, mit der man... Ah, okay. Ah, okay. Man kann mit der Taste, mit dem Rumpf liegt, zielen, aber auch mit dem rechten Stick. Das hatte mich ein wenig irritiert. Okay. So, okay. So ist es um einiges einfacher. Okay. Wenn man das erstmal weiß. So, komm mal. Hm. Hältst dich wohl für einen ganz Schlauen, oder? Okay. Ja. Jetzt die Frage, kann ich ihn jetzt wieder mitnehmen, oder? Jo, kann ich. Ah, 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 so. Oh. Äh, ups. So. Jo, okay. Ich weiß zwar nicht, warum die alle explodieren gleich, aber okay. So, ah, okay. Da könnten wir uns heilen. Oh. Können wir. Müssen wir aber nicht. Denn wir haben einfach voll Skill. Hahaha. Ja, was willst du, hm? Huch, was ist das denn? Es ist ein Stein. Den, der wird zerschossen. Okay, wir sollen den Stein irgendwie benutzen. Das ist klar. Ich nehme dir erstmal kurz mit und guck mal eben kurz. Ja. Warte mal. Ich lasse dich mal kurz hier. So, tut mir leid. So. So, und. Bitch. Okay. Ach, das ist eine Spinn. Ah. Da soll eine Spinne darstellen. Tja, Spinnen gehören nur mal zu, äh, meinem Nahrungsfeldkumpel. Oh. Ich denke mal, die Idee war nicht allzu schlecht, oder? So. Äh, okay. So. Ja, chill mal, Junge. Ich habe dich doch nur ein paar Mal fallen. Oh. Ich meine natürlich. Hey. Ups. So, und. Ich bringe nur die Tasten gerade noch so ein bisschen durcheinander. Okay. Ah, okay. Okay, das ist Schießen, das ist wieder werfen. Die andere ist fallen lassen. Okay. Muss ich mir mal merken. Ich mache das ständig falsch. Ah. Oh nein. Au. Oh, das ist okay. Er lebt noch. Okay. Dann ist ja alles super. Um ihn habe ich mir irgendwie mehr Sorgen gemacht. Was ist das denn? Irgendwie sieht dieses Gebilde, was da runtergekracht ist, nicht sonderlich realistisch aus. Okay. Ja, wie kommst du denn wieder zurück? Du kannst nicht fliegen. Na gut. Spin ist x. Ah. Okay. Was ist das hier? Ich habe irgendwas da hinten hingelockt. Ah. Ich kann so bestimmen, in welche Richtung gespinnt würde oder was. Ah. Okay. Nee, hä? Ich muss erst mal in die eine Richtung klicken und dann spinnt er die ganze Zeit in die Richtung. Okay. So. Was? Den Felsenkrieger hast du zerstört? Ja, nice. Wir sind super Muskelmann hier. Geld. Oh. 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 Ist das gerade Schutz? Der ist ja irgendwie zwar betäubt, aber irgendwie scheint er mir nicht wirklich daran zu sterben. Okay. Ich meine, jetzt betäuben können wir den wohl nicht. Au. Ich brauche das mal kurz. So. Danke. So. Ähm. So. Dankeschön. Ähm. Da kommen wir nicht hoch. So. Gut. Dann haben wir das auch jetzt auf. Okay. So. Ah. Nice. Okay. Jetzt habe ich den auch mal kurz gestunt. Äh. Und jetzt kommen wir nicht wieder zurück. Na. Super. Meins. Hui. Au. Okay. Au. Hallo. Flieg doch. Flieg doch. Okay. Ähm. Ah. Okay. Ich habe quasi erst seinen Schutz abgehauen. Und jetzt geht aus irgendwelchen Gründen das Teil hier ab. Okay. Ist ja quasi alles noch Tutorials. Soll mir ja quasi noch gezeigt werden, was ich überhaupt machen kann. Oh. Ich nehme an. Das soll ich nach vorne zeigen, oder? Jupp. Ist ja schon fast wie Skyrim. Okay. Und was ist das? Wir bekommen schon Panik. Ah. Okay. Ja. Ist es. Okay. Yay. Super. Bist einfach nur zufällig irgendwo durchgebuddelt und hast mich jetzt gefunden. Gut. Ja. Feiern wir das mal. Okay. Yay. So. Wir feiern es, indem wir einfach alles Mögliche zerschießen, was wir begegnen. Oder? Ja. Ja. Klar. So. Was ist das? Oh nein. Oh nein. Geht weg. Geht weg. Geht weg. Ihr Garstigen. So. Äh. Kommt wieder nicht durch. Ah. Jetzt schon. So. Oh. Warten wir nur kurz. Äh. So. Ich brauche eben kurz. Dat hier. Dankeschön. So. Meins. So. Ich glaube, du hast gar keine Lebensanzeige, oder? Egal. So. Äh. Komm mal her. So. Ich meine natürlich. Hey. Ups. Komm mal mit. Komm mal mit. Hey. Ich habe hier mal die Taste durcheinander gebracht. So. Ich meine, es geht genauso gut auch. Hui. Hui. Äh. Ich meine nicht. Hey. Ups. Entschuldigung. War voll außersehen. So. Hey. Weshalb sind wir nochmal beste Freunde? Ich weiß es nicht. So. Öffne die Tür. Hui. Nochmal. Das kriegst du besser hin. So. Gegen die Tür. Hui. Naja. Dann halt nicht. Ähm. Oh. Darum sind noch ein paar. So. Ich will dich. Los. Hui. 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 Wir sind echt kräftig. Hui. Hui. Ich meine, hey. So. Äh. So. Schatz. Mein Schatz. So. Den holen wir uns gleich mal. So. Hui. Mein Geld. So. 340 haben wir schon. Ich weiß noch nicht, was wir damit machen können. Aber was man hat, dann hat man. So. Diese Grinsebacke. Die kriegen wir auch noch. So. Oh. Okay. Tschüss. So. Ähm. Hey. Okay. Nein, 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 nein. Geh, 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 geh. So. Sehr gut. Ich glaube, den stun ich nochmal. So. So. Weil, ich glaube, Nahrung ist ganz praktisch, oder? Ja. Ein paar Leben mehr. Okay. Mein Geld. So. Okay. So. Nein, nein, nein. Du siehst mich nicht. Du siehst mich nicht. So. Was ist das hier? Ah. Au. Oh. Ich habe mir gerechnet, dass es ihn töten würde. Aber ich habe nicht damit gerechnet, dass ich selber Schaden bekommen dabei. Okay. Ähm. Du kommst mal hier hin. So. So. Wir sind beste Freunde. Wir sind allerbeste Freunde. Äh. 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 Ja. Ähm. Genau. Verdrückt mich ständig. So. So. Ich möchte ihn immer werfen, wenn nicht. Ach, das kann er nicht. Okay. Das kann ich ohne ihn besser. Okay. So. Ich bin ohne ihn viel besser dran. So. Meins. So. So. Und fressen. So. Kann ich noch mehr? Ja, kann ich sogar. Ah, ich glaube, es bringt sogar was von vielen verschiedenen Früchten zu naschen, oder? Oder weshalb die verschiedenen Farben? Weil ich meine, die eine Frucht hat gerade mehr gebracht als die andere. So. Ja, okay. Da unten geht was auf davon. Das war mir schon klar. Aber die interessante Frage ist eben, bleibt die auch auf? Ja, bleibt sie. Okay. Ab ins Wasser mit dir. Ja. Ja. Planschen. Juhu. Planschen. Ja. Ist das hier sowas wie der Endboss, oder so? Oh. Ha. Nee, das kann nicht gut sein. Ja, doch. Kann. Könnt schon. Ja, Mann. Reiß euch mal zusammen. Oh mein Gott. Es ist... Die Augen, die sind geil. Oh mein Gott. Es ist ein Stein. Nein. Ähm. Wuii. Was macht ihr da? Egal. Schieß auf. Okay. Schüsse bringen so gut wie gar nichts. So. Der schießt, schaltet aber auch immer im gleichen Winkel zu. Au. 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 Okay. Ah. Dann möchte ich dieses Teil jetzt wiederholen. Ah. Okay. Nein. Das kriegst du aber nicht wieder. Okay. Ähm. Nein. Nein. Oh. Fuck. Nein. Au. Okay. Ah. Okay. Die Stacheln. Machen wir Schaden. Okay. Okay. Wir müssen ihm immer diese Maske abschlagen und dann können wir auf ihn schießen. Ah. Okay. Nein. Ah. Wenn ich nur nochmal die falsche... Die richtige Taste drücken würde. So. Ah. Okay. 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 Jetzt prallen sie wieder ab. Ah. Nein. Hä? Irgendwas passiert jetzt. Transformation oder was? Ja. Transformation natürlich. Was denn auch sonst? Äh. Ja. 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 Von wegen. This isn't even my final form und so. ne? Au. Okay. Jetzt. So. Nein. Ah. Schon wieder die falsche Taste gedrückt. Okay. Das könnte wirklich sehr, sehr interessant werden. Ob wir das noch... Nein. Nein. Ja. Das passiert, wenn man stirbt. Ich wollte es euch nur mal kurz gezeigt haben. Ja. Okay. Das für diese Folge. Nächste Folge versuchen wir es nochmal. Jetzt weiß ich ja, wie ich es machen soll. Okay. Dann bis zur nächsten Folge. Tschö. 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 Tschö.